Katharina erzählt mir, sie schreiben Drehbücher. Ich mach den neuen Film mit Schweighöfer. Er hat er von dem Super-Ende erzählt. Von dem Super-Ende, wo er sich am Schluss die Birne wegschießt? Bei Fichtelhubers Überarbeitung spiel ich keinen Lehrer mehr, sondern einen seelisch verwundeten CIA-Agenten. Seine einzige Bezugsperson ist eine Katze. Nimm das Teil runter, das sieht total bescheuert aus. Bescheuert? Ja. Bescheuert, ey! Ich hab trainiert, Mann! Hey, guck hier! Was war das? Absolut super und mit Abstand den besten Schweiger-Film, den ich je gesehen hab. Es war einfach toll. Lustiger, lebensbillardender Film, hat mir sehr gefallen, kann ich jedem empfehlen. Immer 20 Stunden. Max ist ne klasse über mir. Wer bist du denn? Alt genug. Alt genug für Wasch. Ich kann schon wichsen, wenn du das meinst. Der Film war super, super toll, wir haben wirklich sehr, sehr viel gelacht und war auch nichts anderes zu erwarten von dem Film, nicht wahr? Was willst du jetzt? Ich will ein Tattoo. Es soll ein Liebesbeweis sein für meine Freundin. Wer ist denn deine Freundin? Klaus? Hahahaha. 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 Sehr, sehr, sehr gut. Gelacht, ein paar Tränen vergossen. Hahahaha. Alles dabei. Der Film hat extrem berührt. Der Film hat extrem berührt. Der ging ganz ernst. Schon sehr emotional. Der Film war super, gerade um mit der Freundin reinzugehen. Ich wollte erst ein Stück langsam, aber hab mich dann überreden lassen. Man kam aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Eine Lampe für die Dusche? Ja. Duschlampe. Hab ich mich grad verhört? Duschlampe. Sag mal, spinnst du? Wieso? Duschlampe. 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 Hast du meine Schwester grad Schlampe genannt? Nein. Oh nein. Ich hab Duschlampe gesagt. Hast du mich eben Schlampe genannt? Nein. Ich habe Duschlampe gesagt. Ich kriege mal der Hals an. Anschauen. 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 Hast du schon gehört, dass Max jetzt mit Henrike geht? Du liegst. Max steht halt auf reich vor Frauen. Sagt, sie hat schon ihren Tag. Das sind ja Torpedos. Vielleicht gibt's irgendwo Kindertampons. Na klar. Direkt neben den Kinderkondom oder was? Eins ab. Ent handing ist ja Torpedos. Januar Kaput hieß das ganze Jahr Empress. Was Putin da, immerhin weiß, war das Winterkont� ist.